Okay. Moin Leute, Flix hier. Und heute versuchen wir mal, auf Controller zu spielen. Ja? Was? Er kommt zu dir. Ah. Kapi, komm weiter. Ich muss gleich mein Tablet holen, dass ich Chat sehen kann. Äh, brauchst du nicht. Ey, Luca, ich kann halt flüssig, ähm, hier, three layer. Mhm. Mhm. Ich kann halt, ich kann weiter. um hast du einen title wenn du also hast du einen titel wenn du streamst ich habe einfach creative das ist mein titel ich habe eigentlich fast gar nichts umgestellt was sollst du umstellen auf controller ist halt so auf controller man kann so schnell cranken also 90 sind viel flüssig also jetzt nicht flüssiger aber halt also er nicht flüssiger er sind sie flüssiger als auf pc meine afrika kein fall aber meine was glaubst du ich finde du bist besser auf controller endlich stinger mit jimmy du halt du bist doch abwesend deswegen können wir dann nicht beitreten und falls die jimmy noch nicht kennt auch ein kumpel ich bin jetzt endlich anwärter liga ich war letztes hier haben sie sich schon wo luca greift ist aber da hatte ich keinen bock mehr weil meine mutter weg kann ich jetzt machen dann bist du die wir sind fünf jetzt endlich gerade eben geworden top 25 stinger und dann habe ich ein über 100 leben weggeknüpft der nun kommt ab hatte ich hatte 20 schraub peter mit ihm sogar fast noch geholt seid ihr in der bett was macht ne und welcher edit parkour spielst du kann auf die weiß ich mach auch gleich edit parkour also ich mach grad edit parkour keine ahnung was rein macht ich hab grad bauen gelernt ich hab grad bauen gelernt und wir beide streamen wo oder haben wir gleich bett was von luca ja hab ich kein bock irgendwie das edit parkour ich hab grad irgendwie bock auf edit parkour ich hab jetzt die gesamte reifers her durch polize er ist ein naisersen nia auswege nien 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 der rückgern nien 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 Ich bin lost am Editen. Ich spiele gerade One Finger. Was soll man mit dem Edit-Packo machen? Ah! Oh, One Finger ist so geil! Nein, in welcher Reinf... also wie... Wie rum soll man die editen, wenn die schon offen sind alle? Ja, dann sind sie halt schon offen, weil ich habe sie schon ge-editet. Hä? Ihr seid so schlau, man solltet zurück-editen, also zurück-editen und dann wieder-editen. Ja, aber ich habe auch schon richtig viele ge-editet. Kann sein, dass Jimmy bei einem das schon ge-editet hat. Aber es gibt auch welche, wo man zurück-editen muss. Nimm ihn! Nein! Milo! Ah! Könnt ihr rausgehen? Ich streame gerade. Ja. Ja, sorry! Naja... Ich streame gerade, könnt ihr rausgehen? Milo, geh mal zu Mama! Ah! Kleines, unerzogenes Kind. Ich mache jetzt auch Editing-Course. Ich bin lost grad. Luka, du machst den von Flea? Oder Flea? Ja, Flea? 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 Ja, Flea? Ja, Flea? Ich mache einen anderen. Den, den wir einmal zu sehen gezackt haben. Ich mache einen anderen. Ja, warum? Ähm, hier. Wie heißt sie? Wait... Wait... Ähm... Nee. Wie heißt sie? Wait, wait, wait... Rudi's... Rudi's Editing-Course. Okay, ich komme da auch gleich rein. Rudi's Editing-Course ist so, Luka, du musst... Rudi's Editing-Course. Wie heißt das? Ähm... Wie soll man das sagen? Ich komme, wir müssen bei dir rein. Ist eins. Also, da sind nur zwei Maps oder so drin. Okay. Hä, das ist ja scheiße. Geh du mal hier, geh du mal, äh, wo 12 steht und ich geh, wo... hier, wo 5 steht. Wir müssen jetzt Seiten pauschen. Okay, aber ich starte den Timer nicht. Hä, ich wurde in der Luft beim Zentrum gespawnt. Hä, Ryan, was soll man hier machen? Ich check's nicht. Du sollst Nineties hoch machen. Warte, ich bin in der Luft beim Editing-Course. Hä, nein, ich... Bei mir muss man keine Nineties hoffen. Ich versteh's nicht, Bro, ich versteh's nicht. Ah, nee, du bist irgendwo falsch reingegangen. Hä, ich check's wirklich nicht, Ryan, wo... Äh, das möchte er machen. Versteh's nicht. Hä? Weiß ich nicht. Egal, ich mach einfach hier diesen Parcours. Ich bin grad so los. Hä? Ich bin generell los auf Controller. Mann. So ist man jetzt drüben. Ach so, ihr seid ein Ding drin, aber... Ja schon. Komm mal nicht rein. Wir sind schon frei. Ja, ich bin schon drin. Die erderte gerade. Herr, warte. Guck mal, ihr seid nur in diesen Boxen. Und ich bin in diesen Großen. Ich kenne nicht mal Fast Ways High Ground Retake. Und der sagt, ich soll Fast Ways High Ground Retake machen. Wirklich? Ja? Es steht Text Ways High. Ich kenn den nicht mal. Was ist das Ding? Ich mach einfach Sidejumps. Naja, auf Controller ist es so schwer. Zu editen. Hä? Hä? Wo bin ich denn hier, Digga? Was ist das für eine Crack Map? Luca, du musst zu mir kommen. Hier kannst du ed... Hier kannst du ed... Hier kannst du ed... Hier kannst du editen hintereinander. Degga, Jimmy. Du bist so lost. Ja. Ich bin nicht in deiner Map von grad eben. Ich weiß. Aber ich bin noch ganz woanders. Und hier macht man ganz andere Sachen. Ich weiß. Du bist da nebenan. Du bist in der Box. Die Moral und so. Ich will das kurz nicht ändern. Aber ich check nicht, wo ich hin muss. Und hier weiß. Nice to know you will we did it again. So we did it on a one-night stand. So we did it again. Boom. Du schaft es. ich war das ist zu schwer ich komme rein ich bin lust es ist zu schwer hier bin ich so mann was ist das wir können das controller spieler auf pc ist einfach ich glaube diese scheiß waffe weg ich hasse es wenn ich die ganze zeit auf eine waffe wechsel leidtum 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 boah könnt ihr mal auf zu singen digga könnt ihr mal aufhören das nervt und eine zeit ist gerade abgelaufen ja bei mir also ich hab's gestoppt aber ich habe sie 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 ich habe eine krasse idee wie ich besser editieren kann wie denn hier wie heißt es zurück hier zurücksetzen mache ich auf rb ist dumm dass du schon auswählen rt habe ich das ja zurücksetzen hast du schon rb nein nein zurücksetzen rb nee das war lt nein war es nicht egal jetzt dann hast du es auf jeden fall falsch gemacht weil dann und dann da mache ich dann bestätigen ja die mir auf was sie liehst du denn ich habe anderen ich kann sie auf a muss aber da wo man im hier links rechts oben links da wo beim kontrollerspieler es gibt kein 0 es kreis kreis es macht spaß auf controller zu spielen ich bin so last yikes was die 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 wieder zu alle anderen ich die die Leitam Leitam Getzer den Lerle ist leckt ich kann sich nicht bewegen ich kann mich nicht mehr ich würde sagen der server ist da bei mir auch nicht ich bin noch drin aber ich habe gerade junger alles kommt drei sekunden später wenn wir nichts machen ja das ist das rolle spieler okay langsam okay jetzt ist wieder gut das war das ich will mal einer hat einer ging auf pc spieler jimmy kann sich anschließen ja ich kann nicht wo ist ein jimmy wenn ich bauen will wenn ich bauen und editieren will dann gehe ich nicht auf eine map wo schon vorgehen muss dann noch nicht frei aber das ist ja gratis im ersten game baust du ja auch keine wand hin damit du sie extra editieren kannst sondern da sind wände die du editieren musst wie sehe ich aus wie einer der sich jetzt drei sekunden an die typos macht nö aber du hast bestimmt nötig aber ich hab keine bock oh digga dein aim beste wirklich nein du hast keinen schiss getroffen ja ich kann ja auch nicht anhitten schlau kommt doch können wir ja es kann man nicht auch und ich konnte auch nicht anhängen pass auf ich zeig dir kriegst jetzt der mensch luka wie machst du eigentlich schnellere 90s einfach 90s machen ich mach dir so lange haben dann stell deine sensi höher dann kann ich aber nicht aimen so es gibt eine einzelne bau sehen sie ach so dann kann das mein end auf den klub vielleicht jaske stark leistungswester Clean. Clean. Oh, 90s. Die sitzen gar nicht. Auf jeden Fall runter. Komm, ich mach 2,0. Was denn? Bausenji. Viel zu hoch. Ich hab 1,5. Really? Ja. Ich kann so am besten bauen. Digga! Was ist das? Ich kann mal meine Bausenji. Was? Wo findet ihr den Bausenji? Ja. Was? Ich schwöre, Jimmy spielt schon... Wie viel Season auf Controller? Digga, Jimmy spielt immer noch mit den Standard-Einstellungen, könnte ich werten. Oh, oh. Safe. Also auf jeden Fall nicht mit einer eigenen Sensi. Hey, wo sitzt jemand, hat Traps hier? Hm. Hm. Ähm. Er hat sich auch keine Bausenji gefunden, Jimmy. Na, man möchte ich denn generell immer nur sofort laufen mit Controller. Ich wäre... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will immer Heiler-Re-Takes machen, aber ich kann nicht... Du musst zum Controller und zum Zahnrad gehen. Ja, hab ich. Oh mein Gott. Du gehst da hin? Dann ist da Bausenji. Das dritte ist Bausensi und das vierte ist Bearbeitungssensi. Bei mir steht der Multiplikator. Lest mal weiter. Die Empfindlichkeit. Ja. Und dann, was steht denn noch? Nix. Du musst noch was stehen. Das heißt, ähm, äh... Oh, Jimmy, der da. Oh mein Gott. Du bist so lost, Jimmy. Soll ich dir sagen, was du gerade gemacht hast? Lass mal kurz ruhig. Du musst erweiterte Einstellungen anmachen, du hörn. Hab ich. Hast du nicht? Doch, hab ich. Guck, dahinter kommt doch horizontal. Ich hab horizontaler Umschub. Umso viel schalten schon alles an. Ich hab die von Ligachi. Erweiterte Bausensi. Nicht horizontaler Schub. Nein, hab ich doch. Fortgeschritten Option oder wo meinst du das? Oh, Luca, diese Bausensi ist perfekt. Nein, dann bist du lost. 1,8, Luca. Ist mir zu schnell, muss ich sagen. Bei mir ist perfekt eigentlich. Oder ich bin nur auf PC dran gewöhnt, so richtig hohe Sensi zu zocken. Hey, ja? Ich kann voll geil grad kranken. Nineties, schwör. Nice. Ich geh Zentrum. Ich zeig's dir dann, ja? Ey, Jimmy, du bist so lost. Soll ich dir mal was sagen? Lest mal mal genau vor, was da steht. Multiplikator für Empfindlichkeit in Klammern. Baumodul. Auf jeden Fall kann ich dir so viel sagen, dass ich das auf 1,3 habe. Okay, lest mal bitte vor, was da steht. Hab ich das schon mal ne millionsten Mal vorgelesen? Dann, du hast aber immer noch nicht richtig gelesen. Ich kann jetzt zwei Nineties hintereinander. Lesen lernen, Jimmy. Da steht Multiplikator für Empfindlichkeit in Klammern. Baumodul. Okay, 1,2,1. Hast du gut? Ich hab manchmal Waffen, egal. Okay, gut. Aber trotzdem hab ich auch nicht. Oh, kacke. Äh. Ich mach mal kurz gegen Jimmy 1v1. Er wird mich klappen, aber egal. Light jump, light just kisser. Okay, 1v1. Man kennt das 1v1. Ohne Grappler oder so. Einfach jetzt einfach starten. Oh, ich bin so los. Luca, mach du was nicht mit. Du bist Jimmy. Ah, chill. Let jump, light just kisser. Was ist Jimmy? Ich muss noch kurz was umstellen. Luca, machst du grad Nineties hoch? Ja. Keine Ahnung. Bei mir haben sie's zwar eingebaut. Oh, hab Jimmy, hab, hab Jimmy richtig laut. Digga, einer von. Ey, Luca, ich hab doch gesagt. Schwör. Ich schwöre nicht. Ey, spiel mal kurz nicht mit. Ey, aber das ist sonst langweilig. Ja, das dauert ja nicht lange. Du kannst mir gerne Tipps geben. So wie viel sie verdienen. Ey, Luca, ich kann double edit. Ey, nicht double edit. Ich meinte. Oh, ja. Wie kommt das halt? Warum noch noch? Was kannst du rein? Ich kann... Hier, wie heißt das nochmal? Bubble edit, hat er grad gesagt. Hier, wie heißt das? Geil. Äh, hier. Fast one edit. Also hier, du brauchst dich hoch mit Dings. Weil dein Boden ist umgedited, oder? Ich weiß. Mach ich jetzt eins gegen eins gegen one, oder nicht, oder? Ja, Luca will ja nicht aufhören, er will ja mitspielen. Ja. Ah, ja. Bis grad eben wolltet ihr noch weiter? Dings, edit da kurz. Mann, wie heißt das? Du kannst noch wieder edit this course gehen, wenn du willst. Dann musst du halt alleine spielen. Dann musst du alleine nur one-v-one gegen dich machen. Was heißt denn one-v-one gegen one? Wenn man auf so eine Map geht, dass man gleich one-v-ones macht? Also eigentlich ist die Map dafür gedacht. Die werden auch eklischen, kann man aber auch gar nicht spielen. Outplay Oh, was ist daran? Eklig Outplay Seid ihr Ich bin oben Oh Mann, ich hab... Mann, Luca Ich hab ihn fast geholt Schwör Ja, aber du warst auch Hornshot Sonst hätte er dich... Kannst du mich und Jimmy mal kurz alleine lassen, Luca? Nee Komm Dann spiel auf Maustastatur Das ist wohl wie... Ja, kann... Nur für eine Sekunde Ja, okay Okay, Jimmy, wo bist du? Okay Ah Der welle ist jetzt nicht weg... Wir lassen es sich... 음... Okay. Ich habe Jimmy gerade geconed. Zum ersten Mal auf Controller. Sagen wir so, ich habe mich geconed und du hast einfach ein Ding drüber... Ja. Ich habe mich ein Ding gemacht und du hast einfach weiter gebaut. Ich habe aber einen Boden da ran gesetzt. Okay, wir machen so einen Nauskop irgendwie, okay? Also ich springe die ganze Zeit hier rum und probiere zu Nauskopen. Luca, chill! Es war knapp. Ich bin los! Ich bin los邓in. Oh Gott ja. Aber zuhause? Danke! Danke! Das ist hier. Kann ich los? Ich bin los. Ich bin los. guck mal ich hab das galaxy weg gemacht jungs und jetzt habe ich wieder ich weiß jetzt ist das galaxy weg ich weiß wenn du hier rauf bist ja auf den stopp weil ich wieder mein halber und geholt ja wie geil du machst das ganze flipper ja Hey, Luca. Ich habe ihn verpasst. Nein! Ich habe ihm zwei Hits mit der Tech gegeben. Ich habe dir so die Ehre genommen. Ich weiß, ich spiele auf Controller. Hey, und? Ich habe dir kurz gesagt, er will. Okay, komm. Ich spiele jetzt auf Maus und Tastatur. Wollen wir das machen, wir wollen? Mach doch, Digga. Schau mich doch, ob du auf Maus und Tastatur spielst oder auf. Digga, Jimmy ist richtig toxic. Ich klepp dich easy auf Maus und Tastatur. Die Frage ist, wer nicht? Ich wechsle kurz zur Maus und Tastatur. Oh, Mann, ich hab da da sick sick. Was habe ich noch mal? Oh, meine Edis sind so broke auf Maus und Tastatur. Hey, Jimmy, das ist grad'n OP. GG, ich hatte 5 HP, du Ehre von Sosa. So ein Ehre. Oh, meine Treppe ist gedreht. Ich hab hier beide mit Technik gespielt. Ja. Ich hab ne Pompkang, ich spiel bis grad eben. Ich hab die Waffen von davor. Ich hab da jetzt einfach kein Glück. Holy fuck. Ey, Luca, ich muss kurz Sachen sortieren, ja? Okay, geht wieder weiter. Wieder meine Treppen, weil er einfach gedreht. Luca, mit den kleinen Flex. Ah, warum nicht? Ah, rein! Ekliger! GG. Meine Treppen sind gedreht. Ich bin chill. Oh, dear. Ich hab hier eine Winecraft erst mal. Ich mein, das ist so. Ich spiel's mal. Erstmal. Normal. Ja. Ja, normal. All-in, Rudi. Das ist deine. Nein! Sollte all-in gehen. Sollte all-in gehen. Das ist deine. Boah, use the tactical. Wieso use the tactical? Ich hatte Pump, aber mein Winecraft zu tun. Ich bin der Einzelne, der Pump spielt. Darf man nicht Pump spielen? Ja. Ey, 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 weißt du so. Ich bin der Einzelne, der Pump spielt. Wine. So, ich bin dann raus. Das springt in meine Box. Und das bleibt einfach losch. Ich bin einfach stehen geblieben. Ja. Weil du nicht, weil du dich nicht bewegen kannst. Nein, ich hab einfach nichts gemacht. Because why? Jimmy ist schon wieder auf, äh, für 60 HP-Wing. Not so kurz zur Info. Sorry, Bro. Ich hab einen Platz. Ah, leil. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, der ist bei mir! Oh, gar nicht. Ah, hier hast du drei Stunden hinter dir, in der vierte Stunde Schießestand. Oh mein Gott, wie klaus. Der war schon wieder so, du starbst immer an. Sorry, Luca. Oh, die haben so viel. Was sagst du? Genau das. Ich baue einfach nur über ihn. Ich baue einfach nur über dir. Ich mach eigentlich nichts. Hundertpro, wenn du jetzt unten bist, kannst du mir keinen Highground nehmen, Jimmy. Okay, warte Luca, warte kurz. Ja, ich hatte Highgrounds. Ja, ich hatte Highgrounds. Ja, ich hatte Highgrounds. Ich hatte ja nicht. Aber du warst dabei. Das hab ich gesehen. Ah, deswegen war's, deswegen nicht. Du warst dabei, dich hoch zu rampen. Das hab ich gesehen. Was? Ich hab den ja von links, von rechts... Warte, ich mach jetzt noch mal. Komm runter. Geht das? mann da runter macht eine treppe hoch und sagt gescheit also das und weiterhaltung war das ein ghost hit ryan luca den reiher schafft er schafft ryan war das ratten kostet von mir recht stunden es hat sich genauso dass er von mir heiligern schaffen kann ich hab dir den kostet gegeben damit er hätte ich dann halt in der wand drin aber halt auch nicht wirklich ich habe dieses geräusch gehört vom kostet luca ja denkst du jimmy kann heiligern von mir kommt die trappe aus ich muss ein ich mache ich mache jetzt auch ich mache auch so nein ich war auch ich war auch unter luka ich mache es auch Oh, Luca, ich hab dich fast. Ey, Luca, lass uns gegenwältig snipen. Okay. Nein, ich... Oh! Okay, der andere muss immer auf dem Boden bleiben, ja? Okay. Wow. Wait. Oh, okay. Jetzt bist du... Darf ich dich dann abschießen? Ja, kannst du probieren. Zwei Hits. Jetzt bin ich. Das ist auch Training für den anderen. Ah, ja. Oh! Guck mal, hier war der direkt hier! Ich hab's gesehen. Warte, lass mich doch tun. Nein, ich probier lieber, Jimmy zu neu skippen. Das ist besser. Das ist viel geiler. Keine Ehrenlösung, Gott. Ich hab' ihn wieder. So ehrenlos. Ich schnau's go bin jetzt. Oh, Wand genommen? Tja, ich hab' ihn mit in der Luft die Wand genommen. Wow. Indem es erst dumm gefallet hat in der Bekunde. Wei! Neid! Stumm schalten! Und High Ground! Hey, dann, als scheint, hat er uns ja doch nicht umgeschalten. Lala erkannte dich grad'n. Kannst du doch auf Highbox drauf haben? Hey Jimmy, hast du nicht umgeschalten? Ich bin nur komplett gebrochen. Hey, Jimmy hat... Ryan, hat Jimmy mich stumm geschaltet? Weiß ich nicht. Er ist einfach nur lost. Oh, look at dieser No-Scope! Ja, Digga, wir sind scheinbar fertig im Mund. Let's go! Weil er Angst hat, um Muskel zu werden. Ey, frag ihn mal, ob er mich gestummt hat. Ich doch nicht. Er hat mich auch wahrscheinlich gestummt. Wollen wir ihn einfach kicken? Ich hab keinen Bock auf ihn. Er ist einfach nur lost. Ich schwör, Digga, er ist komplett lost. Wird mich nicht, wenn er mich hört. See? Clap easy! Oh, der hat die Welt verlassen. Geil, gell? Ehrende... Let's go! Ah! Ah, ich bin down! GG's! Ja, Junge, die Tag macht so wenig Schaden. Ey, Jimmy hat mich als Freund gelöscht. Hahaha! Really? Geil! Ja! Und ich hab ihn entfernt. Wait! Mich auch! Hahaha! Hahaha! Geil! Ah, geil! Ehrenmann! Ey, wollen wir Duos spielen? Ja, können wir gleich machen. Aber lass noch mal spielen, weil ich hier auf Controller Spiele spiele. Ja, ich weiß nicht. Ich hab auch mal wieder so ein geiles Game. Ah, okay. Wirst du so ein Heikel-Game? Nein, so ein neues Game, nicht Fortnite. So. Fortnite wird irgendwie langweilig. Finde ich auch. So... So... Wollen wir Apex tocken? Ja! Ey, vielleicht geht's ja jetzt. Ja! Lass mal festen. Ich hab voll Bock. Ich auch. Egal, guck mal, wie er mich einfach als Freund legt. So geil. Aha! Ey, Luca, ich wollte eigentlich da runter springen, aber ich hab mich nicht getraut. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hey, warum hast du dich nicht getraut? Also, ich dachte, ich flieg runter. Ich wollte eigentlich nur rausspringen und an der Wand setzen. Soll ich... Komm, lass mal probieren. Warte, ich ruf dich jetzt an über Handy. Ich end-stream, ich end-stream. Ich auch.